Hi, ich bin Birgit Feest, Paar- und Sexualtherapeutin aus Berlin. Ich habe mein Buch Harte Wahrheiten aus dem Leben einer Paartherapeutin für alle geschrieben, die in einer Beziehung sind, es mal waren oder es endlich wieder sein wollen. Es geht ganz grob gesagt um die Zutaten einer glücklichen Beziehung und wie auch du es schaffen kannst, eine zu leben und das sogar, falls du erschwerende Ausgangsbedingungen mitbringst, wie einen unsicheren Bindungsziel. Ja und ob du den hast oder nicht, das kannst du natürlich auch durch das Buch herausfinden. Ich will, dass du nie wieder in toxischen Beziehungen endest, sondern weißt, wie du eine gute, gesunde Partnerschaft wählen und dauerhaft an ihr arbeiten kannst, damit sie bleibt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen, ganz schön neue Erkenntnisse und eine wunderbare, erfüllende Beziehung.